Im heutigen Video soll es mal darum gehen, wie ihr ganz einfach über Spotify mit euren Freunden zusammen Musik hören könnt. Früher konnte man das so machen mit einer Remote Group Session. Das Ganze geht jetzt aber nicht mehr. Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, wie man relativ gut zusammen mit seinen Freunden gleichzeitig Musik hören kann. Und zwar könnt ihr dafür einfach eine Playlist erstellen, zum Beispiel diese hier, und könnt diese dann an eure Freunde schicken. Also hier steht ein Kollaborator zu Vibe einladen, zack, drücken hier drauf, schicken diese Playlist an die Freunde, und dann könnt ihr hier gemeinsam die Playlist starten und diese hören. Das Coole dabei ist auch noch, eure Freunde selbst können hier auch Lieder hinzufügen bzw. entfernen, wenn ihr das Ganze wollt. Das Ganze sieht dann nämlich so aus. Hier haben wir das zum Beispiel, und hier können wir dann machen, als mitwirkende Entferner kann man da nur so angucken und darauf zugreifen. Und ansonsten, wie gesagt, können die trotzdem halt einfach Songs hinzufügen und sich das Ganze natürlich auch anhören. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein klein bisschen weiterhelfen. Falls ihr jetzt sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, das war es jetzt von mir. Ich bin damit raus, haut rein und ciao. Ich bin damit raus.